Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, heute lernen wir den Akkusativ. Die meisten Verben haben den Akkusativ, das können Sie sich jetzt schon merken. Ein Verb mit Akkusativobjekt ist das Verb kennen. Wir haben es schon in der Konjugationslektion gelernt. So, kennen. Kennen Sie den Marktplatz von Karlsruhe? Also der Marktplatz, aber Akkusativ den Marktplatz. Oder Feningen, Neutrum und Plural bleibt gleich dem Nominativ. Also kennen Sie die Pyramide von Karlsruhe? Kennen Sie das Schloss von Karlsruhe? Und im Plural kennen Sie die wichtigen Plätze und Straßen von Karlsruhe? Ja, also merken Sie sich, im Akkusativ ist der bestimmte Artikel den, der Nominativ, den Akkusativ. So Olga, jetzt sind wieder Sie an der Reihe. So, nicht an die Tafel sehen bitte, ja. Sie antworten mir frei. Olga, Sie sind jetzt schon ein paar Tage in Karlsruhe. Kennen Sie den Marktplatz von Karlsruhe? Ja, ich kenne den Marktplatz von Karlsruhe. Von Karlsruhe, den kennen Sie. Am Marktplatz steht die Pyramide. Kennen Sie auch die Pyramide von Karlsruhe? Ja, ich kenne die Pyramide von Karlsruhe. Von Karlsruhe. Sehr gut. Das Schloss. Kennen Sie das Schloss von Karlsruhe? Nein, ich kenne das Schloss von Karlsruhe noch nicht. Noch nicht, das müssen Sie sich ansehen, der Platz ist sehr schön. So, die letzte Frage jetzt zum Chloral. Kennen Sie die wichtigen Plätze und Straßen in Karlsruhe? Ja, ich kenne die wichtigen Plätze und Straßen von Karlsruhe. Also, ich kenne den Marktplatz von Karlsruhe, ich kenne die Pyramide von Karlsruhe, ich kenne das Schloss von Karlsruhe noch nicht und ich kenne die wichtigen Plätze und Straßen von Karlsruhe. Dankeschön. Bitteschön. Vielen Dank.